Und schon wieder eine Map von Gamer, das MC. Und zwar heißt sie The Random. Ich bin mal gespannt. Oh, Regeln. Es hat... Ne, warte. Keine Blöcke zerstören, cheaten oder... Mein Gott. Nochmal. Keine Blöcke zerstören, cheaten oder platzieren. Schon bei zwei. Spiel auf Peaceful. Okay. Habe ich. Du darfst dir selber beliebig viele Checkpoints setzen. Oh mein Gott, da hört sich nicht gut an. Bitte geh in der Lobby von rechts nach links. Nicht im Kreativmodus spielen. Außerdem in manchen Teilen kannst du aus der Map... Kannst du aus der Map springen, aber bitte unterlass dies. Oder das. Ich habe keine Lust, Score in jede Kiste zu füllen. Also kannst du was anderes finden. Warum bleibt er denn immer nur so kurz? Ich glaube, der meint uns ja... Okay. Alles klar. Du kannst nur Nacht schlafen. Äh, äh, anfangen. Wie war es von der Lobby von rechts nach links? Okay, das ist ein ziemlich... bunter Raum. Oh. Archivman. Pink, 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 pink. Dieser Sprung ist möglich. Ja, es sieht auch nicht so weit aus. Wow. Ach, dieser Sprung. WTF? Warte, bin ich jetzt? WTF? Warum nicht Lieder? Krass. Sch... Ah, schnell weiter. Oh. Interessant. Warte nochmal. Fast geschafft, Mann. Komm schon. Ah, warte, ich darf nicht an die Wand kommen. Oh, mir tut mir die Hand weh, ey. Hey, oh ja. Sauber. Flupp. Und nächstes Ding. Jetzt bin ich, glaube ich, in der Lobby. Von rechts nach links. Ah, okay, das ist das Ende. Diese Lampe leuchtet schon. Gut erkannt, aber geh ins End. Hello Kitty. Ja, warte, da war ich. Von rechts nach links. Ich bin hier gespawnt. Evil, nix, nix. Okay, mach mal hier. Komm zum Bösen oder versuche zu entkommen. Okay, ich habe mehrere Möglichkeiten, das hier zu beenden, wie es aussieht. Boah, das ist ja fies. Ui. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt bin ich hier oben. Ui. Aua. Genau hier aus der Mitte raus. Ja, hier. Hä? Oh ja. Nein. Wollen wir mich verorschen? Wie soll ich da rüberkommen? Ach so, ganz, ganz spät springen allen Anschein nach. Sehr gut. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Nächstes Kristallanfang. Ach cool, ein Rätsel. Wie heißt der Macher von Minecraft? Notch. Was kam in Minecraft 1.5? Der Redstone-Block. Wie heißt Kong auf YouTube? Äh. Da. 0,5 mal 0,5. Alter, das war fies, ne? 0,25. 10 mal 10 sind 100 mal 10 sind 1000. Ui, Question. Richtig. Was mit Licht? Da ist es. Blind. Och, ne. Es ist... Jetzt wird es dunkel. Gleich geht es los. Ach. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich glaube, hier ist wieder so eine Art Irrgarten drin. Menno. Ich glaube, mit in Hero Brians Mansion habe ich so auch mal gezockt mit Zombie. Halt. Oh. Witzige war, der hatte irgendwie, keine Ahnung, im Textur-Package so einen Fehler drin. Zumindest hat der alles komplett gesehen direkt. Das war witzig. Jetzt bin ich tot. Nein. Anfang? Ich glaube, da zum Thema beliebig viele Checkpoints... Wo bin ich denn jetzt? Ich komme nicht mehr raus. Holy Sheet. Warte ich jetzt einfach hier rein? Na, wo muss ich denn rein? Ich glaube... Alter, das wollte ich doch gar nicht sehen. Ah, warte, da oben. Ne, warte, da ist das andere. Ich glaube, da bin ich gerade runtergefallen. Aber wie komme ich denn da rein? Ich spoiler mich gerade selber. Ich glaube, hier ist das, die Mitte. Ja, sehr gut. Zack. So, tut mir leid, dass ich dazu machen musste, aber eine andere Möglichkeit hatte ich gerade nicht. So, Adventure, quetschen hatte ich. Da, Blind. Da ist Blind. Da ist Blind. Nein! Ah, zur Lobby. Geht ja auch. Ja, witzig. Äh, Evil. Was hat Lassa liegen? Oh, ich habe meine pinke Wolle weg. Jetzt wird es dunkel. Ah, ihr könnt die Maps natürlich auch bewerten anhand... Oha. Also, ich werde die Maps anhand des, ähm, ja, anhand des Bewertungssystems von YouTube bewerten. Quasi, wenn er der Map jetzt drei Daumen hoch gibt, dann hat die Map natürlich drei Daumen hoch. Klingt logisch, ne, irgendwie. Aber die ist eigentlich ganz cool. Was, du hast es geschafft? Nein, okay, aber warte kurz. Du wirst gleich wieder sehen. Ah, Blind leuchtet. Mutation. Dr. Eimel-Eichel, wir wollen Ihnen was zeigen. Kommen Sie. Ach, Emil Eichel, Eimel-Eichel. Ach, guck mal. Der Mutationstrang, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Dialog. Haben Sie es geschafft? Nein, nicht mehr. Letzte Probe. Juhu, ich habe den Durchbruch geschafft. Die Kühe können kämpfen. Juhu, wir haben es geschafft. Nun gehen Sie, die B2P, runter und kämpfen Sie. Nein, nein, die Pilzern. Ach, Mist. War zu schnell, Mann. WTF? Ja, WTF? Autsch. Okay, wir gehen hier nochmal hoch. Sehr gut. Hey. Oh. Ich komme hier raus. Finde ich denn hier noch nichts. Dabei wurde jetzt irgendwas getriggert, glaube ich. Oh, ein... Ein Kuhkiller. Ein Archivman. Sie breiten sich überall aus. Stimmt, bei Pilzen ist das wirklich so. Hey. Der Kuhkiller. Boah, wie viel halten die denn aus? War meine erste Pilzkuh, ey. Töte sie und werfe es hier rein. Geil. Er hat einen Trichter vor Wände. Das ist immer cool. Mein? Äh, ja, okay. Nur wenn der Teil von dir nicht funktioniert. Ah, sehr gut. Hä? WTF? Was war das denn? Ich glaube, dafür ist auch die... Der Schalter da oben. Warte mal. Aber muss da klappen. Sehr gut. Mann, oh. Ja, ich hätte jetzt gesagt, von hier oben da rüberspringen, aber... Oh, jetzt bin ich hier oben? Geil. Okay. Cool. Haha. Genutzt. Oh, das war nicht gut. Hä? Wie geil das jetzt war. Ich habe hier ein Minecraft vorbei. Bevor man das checkt, ist das schon weg. Ah, da war bestimmt was Geiles drin. Was muss ich tun? Finde einen Weg dort oben zur Fackel. Oh, das Minecraft war da. Wahrscheinlich dort oben zur Fackel. Oh Mann, es fährt da immer rum. Oh Mann. Gut, gut. Dort oben zur Fackel. Ist halt egal, woher wahrscheinlich, ne? Irgendwie nur da hoch. Irgendwie da hoch. Ah, was willst du mir sagen? Nein. Hui. Also gerade ganz schön konfus. Ich meine da hoch. Wie soll man da sonst hochkommen? Mal angenommen. Da geht das schon mal nicht. Da auch nicht. Hier komme ich so mal nirgendwo hoch. Oh, da sind die Tintenfische krepiert drin. Gut. Äh. 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 Ah, ein umgestürzter Baum. Danger, jetzt warte ich mal auf das Minecraft hier. Komm her. Nix drin. Oh. Und wieder weg. Mann, oh. Oh. Okay, der war gar nicht so schlecht. Gehen wir jetzt hier hoch. Ich bin bestimmt total falsch hier in der Ecke. Sowas von falsch in der Ecke. So schwer kann es doch nicht sein. Äh. Warte mal, da ist ja Leiter dran. Ach, ne, ne. Um die Ecke sprünge ich, wie ich sie hasse. Aber egal. Wir haben eine Lösung oder zumindest schon mal einen Weg gefunden. Oh, das ist erlitzend. Oh. Das geht da weg. Das ist meine Leiter, Forscher, du. Hä? Hä? Oh, sehr gut. Ah, Danger. Komme ich da dran? Wertlose Emerald kann man noch benutzen. Ich bin. Genau. Und dann geht das mal wieder rein.